Musik So, hier ist mein Original P zum zweiten Versuch. Ja, so kommen wir zum Live-Frame und zwar mit meiner Tierklinik. Warum steht das jetzt? Sie ist mir jetzt auch da. Ja. Ich habe es leider falsch gemacht. Ich habe es nämlich so links eingeben. Läufer. Ja gut, wir starten einfach mal. Dann wird da und machen wir jetzt da weiter trotzdem. Wird auch gleich. Achso, ist schon. So, mal gucken wir uns heute für Arbeit an. Wie gesagt. Ich habe lange nicht mehr gezockt. Auf jeden Fall ist es die Tierklinik. Du musst immer die Tiere dazu behandeln. Ist ja klar. Man muss gucken, was sie halt haben. Einfach anfangen jetzt mal an. Haben wir hier Renovierung. Erreiche deinen Patienten drei Sterne. Aha, okay. Gut. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ist das noch sauber? Okay. Auch noch was. Falsches tun. Wasser auffüllen. So, jetzt hier draußen. Gartenmäßig. So, die. 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 Wendenschrangen. Also mal so Apotheke. das das ist nicht Ah, ist er. Ja, zum Freundchen und so, im großen Raum sieht es ja schon, da ist der OP-Bereich. Dann gucken wir, ob wir hier was einrichten können. Ich habe eine Maske. 9 Tonnes. Bunkies. Guck. Abessen noch. Mal gucken. Und Absorption Ich würde sagen, machen wir jetzt mal auf. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Die hat jetzt auch schon da eine rettet. Ich mache hier die Punkte. Dekoration. Arakira. Gut, was hat denn hier? Seit einen Tagen fühlt sich unser Schatz heißer als... Das macht uns etwas Sorgen. Könntest du bitte einmal untersuchen? Ja. Gehen wir drauf und das untersuchen wir gleich. Wie man sieht, hat die Katze ein bisschen Angst. Also hat sie ein bisschen streicheln. Angst hier entnehmen. Hier gleich untersuchen. Hat schon roten Kopf. Jetzt hat sie einmal ein bisschen gebadet. Ja, es gibt auch nur Katze und Hunde gibt es erstmal noch. Oh. Ja. Du hast du auch die Tante und die Pfe报 auf. Möge kannst du jetzt noch nicht aus? Du hast du auch nicht Anti-Dokauf. Ja, du hast Luftgepulturen. Bis zum Ohr. Du hast gemacht. Du hast keine Tante Liege. Ich bin nochmals Tante. Ich bin nochmals Tante. Dauberolin. Oh, das ist ein bisschen schön. Oh, dann wieder ab. Oh mein. Der grüne Strahl muss noch schneller voll sein als der gelbe, weil der läuft immer nach Zeit. Mal gucken. Aber ja, schafft man das normal nicht. Müssen wir mal Medizin herstellen. Oben rechts, ganz um seht ihr ja was man so braucht und da ist das Rezept was ihr reinpacken müsst. So, da vorne. Dann brauchen wir ein paar Kräuter. So und dann brauchen wir Vitamine. Jetzt kommt dieser Mörser. Ich habe es klein gehabt. So. 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 Oh, das kommt. Oh, das war doch. Oh, das war doch. Ja, fortsetzen, ja. Oh. Oh, das war doch. Oh. 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 Oh, das war schon mal richtig. Falsch. Oh, Deckel-Tabletten herstellen. Oh, das war schon mal wieder. Oh. Oh, das war schon mal. Oh, das war schon mal. Oh. 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 Und beides nicht. Der tolle Handschuh, den ich kontaktieren muss. Schrauspid ist es gut. Was ist das? Wir sehen uns gut. Ja? Hey? Oh, meinst du auch so? Komm mal aus, ach so? Ja. Ja, man schaut was los. Ich bin auch oder was? Hm? Ja. Ah, braucht ihr jetzt eine Spitze, ne? Voll ich an. Ja. 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 Das hat kein Problem sein. Äh. Deines Haustier ist geimpft und vollkommen gesund. Ja. 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 und der verwandt mein haus hier hat sich wohl verletzt und habe eine kleine wunde an der vorderen linken versorgen müssen es war nur eine kleine wunde an der vorderen linken foto mit einem wenig und bedankt sich jetzt ein ball die unter mäuschen und hustet seit den letzten woßen war wahrscheinlich ist es aber wir möchten versuchen wir ihn weil manchmal wie gesagt ist es eben halt leider ist man das gleiche manchmal von dir was die tiere haben aber die kam in der So, erst mal den Mino. Anquam. So, und damit brauchen wir nicht. So, und damit brauchen wir nicht. So, nun kommt das. So, ok. Maus hier hat eine leichte Erkältung. Wenn möglich. Soll das dein Tier etwas ruhen können und auftoben können? Nein? Das wäre doch zwei gewesen. So. Nausi ist jetzt auch weg. So. 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 Kann ich hier irgendwas ändern? Ich glaub nicht. Mal gucken, ob die Tiere hier was brauchen. Ich glaube. Ja. Essen mal. Ja, wie man sieht, muss man sich darum kümmern, dass alles da drin ist zu essen. Katzenklühe müsst ihr auch machen. Warte, ich mache irgendwas Neues, ist okay. Äh... Phantasie. Kali behandelt. Klasse passiert. Auch ein Münzen. Auch ein Bier. Auch gut. Auch gut. Dann muss ich mal richtig. Ey, du meinst. So muss ich ja... Ach so. Na gut, dann lass dich frei. Man kann ja nicht so viel machen. Ein neuer Tag. Ah, guck mal. Das ist ja... Ah, Bella. Vor kurzem haben wir den kleinen Racker bei uns aufgenommen. Jetzt würden wir ihn gerne durchsetzt lassen. Komplett machen. Das ist ja schon mit. Gut, wir sind. Gut, warum? Ja. Ja. Ach, du wunderbarer Sputten. Ja. 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 Na Gucke. Das war's für heute. Ich hab auch alles geprüft, sogar in das Haus, hier ist geimpft und vollkommen gesund. Das kommt noch Charlie, die wir noch behandeln müssen. Dann machen wir gleich. Ich hab seit den letzten Marketingfragen gekauft, wie er vermehrt Bollen im Fell gefunden hat. Das war's für heute. 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 Dann das Fell und das hintere rechte Bein. Genau. Der Waldi darf nach Hause. Hier machen wir die Schale. Hier kommt die jährliche Routineuntersuchung steht an. Mein Haus hier soll nur einmal durchgescheckt und die Impfung auch gefrischt werden. Hier kommt noch mal raus. Hier ist die Pion. Und... Das war noch mal. Das war's für heute. ... Musik ... Ich muss nur noch den Ruhig machen. Ah, ja schon. Die Zahme als blau und dann das pinke, aber einfach das nicht. Auf der Seite. Auf der Seite. Hallo Krischi! Aha! Ja, was Aha Krischi? Kannst du das sehen. Was anderes. Und Krischi? Wie geht's dein Hund? War ja heute, wenn man fragen darf. Ist alles gut gegangen? Ich hoffe ja. So, dein Haus hier ist völlig gesund und unversorgt. Aha. Ja, ein bisschen was anderes spielen, ne? Unanimale Crossing oder so. Ob ich zwar da weiterkommen muss. Ja, alles gut gelaufen. Das ist doch sehr schön, Krischi. Und euer Hund jetzt bei euch zu Hause oder muss er jetzt da bleiben eigentlich? Nein, einen machen wir hier noch. Das ist Moritz. Auf einmal in der Erkältung. Ja, aber siehst du, Krischi ist auch gut, wenn alles gut gelaufen ist. Ist immer gut. Ja, bei uns wieder. Das ist doch so gut, wenn er bei euch wieder ist. Leider sein könnte, dass wir vielleicht da bleiben. Ich glaube eher weniger. Ich glaube eher weniger. Ich. 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 So, jetzt haben wir die ganzen Sachen drin, jetzt müssen wir gleich mit dem Cursor das zermüren, also das heißt, es wird keiner machen. So, ein Haustier hat eine leichte Erkältung, er sollte womöglich nicht mit anderen spielen. So, du kannst neue Räume ausbauen, ja, mache ich dann, erstmal Geschenke. Ja, von Lichan. Was ist denn los hier mit Geschenken? So, dann gucken wir mal die ganzen Räume ausbauen. Da ist nichts. Auch nichts. Startup 26. Startup 23. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Essen auch vermissen bestimmt, trinken, aber nicht so. Ja, ja, Paulinchen, ja, was ist los, Hubsnase, links auch noch da, Katzenkloß ist auch noch in Ordnung. Was soll wir noch hier machen? Ah, entlasse Patienten, ok. Okay. 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 Oh, it's open here. Dankeschön, Gesundheit. Dazu, dann können wir gucken. Dann machen wir das. Das lasse ich so, weil alle gar nicht böse sind. Okay. Dann gucken wir mal. Dann können wir das mal was. Dann machen wir die Pflanzen. Danach öffnen. Dann machen wir die Pflanzen. 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 Er ist Thorsten in der Nähe. Er sitzt gegenüber Krischi. Sieht glaube ich sein Spiel. Wieso ist das Worte denn sonst? Wenn ein Discord-Kribus Krischi kommt, kann er gerne ein Discord erscheinen. Ich muss ja nur kurz auf die 17. Eine Pause. Ob er DLT kommen kann. Ja, kann ich gleich mal fragen. Aber wir können ja gleich alle DLT. So, ich mach mal ganz kurz Pause. Vielleicht bin ich gleich da. Ich will einmal ganz kurz auf den gehen. Also ihr wisst ja auf Low. Bis zum nächsten Mal. 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 Aber alles gut gelaufen soweit, ja? Ja. Ist auch gut. Und was willst du jetzt noch so beachten, Krischi, oder machen? Nix. Äh, was haben wir nicht? Okay. Also, Mama. Äh, cool. Äh, cool. Ah, das ist okay. Jetzt erstmal abholen. Ah, ich dachte immer was anderes, weißt du? Und? Und? Ansonsten arbeiten nix tolles heute, oder? Nö. Oder musst du es über die Küche? Äh, was geschieht heute? Schild. Und? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, weil wir überhaupt on ist, aber. Jetzt schon mal schön verrührt. auch sie hat ein starker kälb Nö, er braucht viel Rot. Einfach mit andern. Ah, Hosee. Wow. Alonso, ha. Bis hier lang ist unser Maus auf einen Ast getreten, leckt sich jetzt. Gut, guck mal, sie ist schon verletzt. Ich weiß, was da drinnen hängt. Da drinnen, die andere mangen, damit sie schweren. Bis hier, noch mal. Komm! 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 Komm, dann schnitt diese drei. Komm! 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 ... ... ... ... ... ... Lieber zu viel Azubi. Na, der Haus hier hat sich wohl vorletzt und ich habe eine kleine Wunde an der vorderen linken Vogel versorgen müssen. Und ein wenig rot, weil die Wunde am hinteren linken Vogel... ... 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 Trudel hat. Ja jetzt, aha. Und dann kommt der Spinner. Ich hab ihn erst gesagt, Krischi. Ich hab ihn. Das war's so toll. Ich hab ihn in Kat Glüh. Untertitelung des ZDF, 2020 Awesome. 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 Twitter wurden aus dem hinteren rechten Bein entfernt und es sollte vernünftig laufen können. Oh, machen wir diesmal auf. Oh, so schicken. Ja, ja. Hallo Paulinchen. Ich weiß aber, um reichlich Geschenke aufzumachen. Hmm. Das war's für heute. Wo ist dein Platz? Platz Dann schieb Platz Und Platz 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 Nein Oh, richtig gut Deine Rad Platz 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 so hast du hast dich gesagt nicht so hast dich doch lauter schreie oder was nein werde ich gar nicht du bist ja du bist alle alle hier dann überall in der da wenn du sie brauchst das sind die kobe werden sauber und ihren geheimnis kraft ja sagt die kraft das abenteuer nach siehst du aber es geht noch nicht ganz weiter lümmel abc dfg du sitzt im klo schalala kommen eine eine mache ich noch mal genau krischi wird auch tierarzt willfried ok als spazierer ein ass getreten ich muss untersuchen ich untersuche ich auch wenn man nicht am tisch ließ aber die tisch nehmen wir sie mal an dann wird mal geguckt was du da unten so hast alles was gemacht werden muss den stinker verlass ich auch noch da rein wieso krieg sie kommen rein krieg ich dann der doktor ist der ob ich dann der chef da krischi ist der chef ne krischi ja der ist bestimmt bald gerade mit seinem hund vielleicht noch da da kann uns ja wirklich so viel bewegen jetzt noch doch auch trotzdem gassi gehen ja klar ja aber manchmal sagen die jetzt irgendwie dass man das ja nicht so viel machen dürfen mein haus hat sich wohl verletzt und ich habe eine kleine wunde an der vorderen rechten volle versorgen müssen krebe die wunde einmal am tag ein acht darauf dass die wunde nicht ab nach hause schickt den wilfried er ist auch immer dass ich den in den tisch ablecken will ja na ja na ja na ja na ne du bist auch getuft das kriegst du mir so alle heime hier am adeus am adeus am adeus am adeus o Amadeus. So, hier bin ich ziemlich vorbereitet. Tabletten. Von wem machen wir das einmal hier? Brauchst du ein bisschen hier? Wie soll ich sie denn geben? Wir haben hier, wenn du da bist. Deine Pillen. Ich bin extra noch klein gemacht. Brauchst nicht viel tun. Der Haus hat eine leichte Kältung. Er sollte womöglich nicht mit anderen dealern. So, dann können wir Amadeus mal abschieben, dann kann er nach Hause. Oh, Klinikstufe 23. Außenbereich Stufe 3, freigeschaltet und radiologische frei freigeschaltet. So, es wird immer besser. Für Münzen sammel Sterne. Lucy. Beim Spazierenden ist unser Maus über einen Ass getreten. Ja, es legt sich an der Pfote. Ich glaube, es hat sich verletzt. Wart mal, will sich jemand aufessen? Ich verbet通st. Also, nicht gerade. Ähm. Oh, das ist ein... Oh, das ist ein... Oh, noch hier. So, der Haus hier hat sich wohl verletzt und ich habe eine kleine Wunde am hinterm rechten Bein versorgen müssen. Ich habe meine kleine Wunde am hinterm rechten Bein, mit ein wenig Ruhe soll ich die Wunde heilen. Dann machen wir hier die Haare aus, das letzte Mal länger draußen. Sehen wir sie mal, was sie hat. So, nicht. Auch nicht. Dome. Einmachen und dann wieder. Einmachen und dann wieder. Einmachen und dann wieder. Ich zeige euch mal was das ist. So, das Haus hier hat eine leichte Kältung. Es sollte wenn möglich nicht. Haben wir noch ein Patient da? So. Ja. Nochmal eine Lucy. Die jährliche Routineuntersuchung steht an. Mein Haustier soll nur einmal durchgeschaut. Nötige Impfungen auch gefrischt werden. Jetzt kommen ja echt mal so, ich meine es sind immer nur Katzen und Hunde. Ist das richtig? Aber die Frau ist es so, die sieht auch mal anders aus. Jetzt aber Medikamente machen muss, dann kriege ich es halt so oder man kriegt es auch mit Essen zusammen. Bei dem Spiel. Das stimmt schon. Und dann schau mal an, dass man sich konzentrieren muss. Mit. Mit. auch wir angekommen oleh Reiler da haben wir damals Other Club Ich muss noch ein bisschen kümmern, wenn sie es nicht mehr verliebt sind. O-Mals! Komm! Komm! Komm, komm! 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 Okay. So, fortsetzen. Dann eine Spritze. Und die sind eine Spritze. Oh, kurz? Es ist stets! Ich habe geprüft, ob alles noch gut ist, So, dein Haus hier ist völlig gesund. Wir werden auch nach Hause verabschieden. Von Lucy. Machen wir die Schenkel hier auf. Und dann wollen wir vergrößern. Bei meiner Tolls. So, das Geschenk öffnen. Haben wir eine Spende gekriegt. Kannst Räume ausbauen. Ja, jetzt müssen wir mal wissen welche. Das kann ich nichts machen. Gesundheit. Brauche ich nicht. Ja. Äh, Krüschi? Ja? Ich soll kurz Bescheid sagen, dass tausend einmal kurz Wäsche holen, seitdem er da ist. Mh. 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 Das können wir vergrößern. Gut, vergrößern wir das morgen. Das kann man noch viel vergrößern. Das kann man nicht, weil es Stufe 26 ist. Ne, hier auch nicht. Gut. Schauen wir mal, wie es jetzt hier aussieht. Gut. Ich würde dann trotzdem noch mal Essen auffüllen. Dann können wir ja trotzdem die Praxis einmal hier schließen und die Klinik schließen. nochmal neu zu öffnen, aber ich werde dann euch das einmal zeigen, wie es noch aussieht, Was da jetzt verändert wurde vielleicht. Dann... Ja, erstmal auch Schluss, wie gesagt. Katzenfunk noch so. Wasser auffüllen. Ja, wie gesagt. Mal gucken. Vielleicht mache ich Frecke oder her nochmal was. Weiß ich nicht. Oder eher am Morgen. Dann war noch besser gut. In der Salme Sterne, in der Salme Münzen. Es wird immer besser, ja. Ich glaube, wenn wir jetzt bei Stufe 23, was schon gut ist. Ähm. Dann schließen wir mal die Praxis. Gucken wir uns das nochmal an. Äh... Die... Das ich ja so... Was jetzt neu ist? Und die Schauer hier, dann danke ich erstmal für das Ein- und Zuschalten, war zweitens nur ein kurzer Livestream, aber ist ja auch immer in Ordnung, wie gesagt, vielleicht kommt hier nochmal was vielleicht, oder eher am Morgen, mal gucken, mal einfach sagen, ähm, spontan und euch auf den restlichen Abend, genau, auf den restlichen Freitagabend, morgens Wochenende, genießt es, bis dann, tschau tschau.